jetzt holt noch leck ich will ich schon mal angst auch gar nicht hab ich fast gekillt jo leute willkommen zurück zu planet 2 heute mal wieder zu zweit mit markus sven ist im wohlverdienten urlaub ja wohlverdienten was hat er schon geleistet ja er ist unsere treibende kraft hier im hintergrund uns immer moralisch aufbauen ist nie sehr wenn wir mal zu spät auf der aufnahme kommen ist immer gut gelaunt und ich hab schon wieder mein leben verloren er leckt mich aber ich auch ich bin tot ja ich bin trotzdem gleich wieder gestorben dann ist die schlecht gelaunt sagt nur eine folge ich liebe ironie der ganze tag ist keine ironie da sagt es war es ist traurige wahrheit und so aber hoffen wir mal dass er die folge nicht ankommt das werden wir wieder hat eine punkt ist mir egal ist mir also weiß wie lange ich kein blatt jetzt hat er gezockt habe ich auch nicht einfach nicht da weiß ich auch nicht und war ich nicht darauf hat du eh nicht hatte zeitlich sonnachs eh nieder ja gut ich hab momentan sonnachs bessere beschäftigung ja was anderes zum spielen gefunden das macht deutlich mehr spaß da zu spielen ach wirklich ja und so was hd und hanni und nanni also so 3 oder was tödel nein alter ich habe auch aber ein kriege gemacht weil das ich kann ich dich holen wenn die granate sich erwischt ja ich lege mitten im spa war nur ich weiß auch eine granate reingeworgen also dann möchte ich nicht du meinst A-Raum nicht Wano-Raum es gibt keine A-Raum ja da sind nur Wano's drin ich sollte echt jetzt mal anfangen was zu reißen weil es ist die folge echt hier scheiße ich habe nicht geguckt ich glaube bei 1 30 haben wir angeschaut heute spawn-beacon-kill meinst du ja und ich habe jetzt auf deutsch vorgelesen da ich wissen die das botten bieten heißt auch du scheiße nein aber markus drehe ich mal um ich krieg da oben wieder dankeschön da wir unten sind maxis nach was die macht kein zeug weil sie sind hinter uns so tot stürmen die base dann verbindet mich gekillt haben wir stumm stellen ich bin noch im chat aber auch im druck chat wir haben auch wieder natürlich drücksekte stürmen alter 4 0 0 4 0 wäre etwas zu gut für dich ja ja ich glaube die kd wird auch nicht eigentlich will ich nicht besser also ich weiß auch nicht ich habe noch keinen einzigen getroffen noch getroffen aber ich habe ja dann spring mal die max da die ist schon umgefallen gerade kann eine granate reinwerfen wenn du willst aber nicht die verwendeten wird er ist schon cool aber manche wieder zu hoch ich wollte ich schon ich habe fast hatte mich gekillt jawohl zwei käse jungs zwei käsen ihr legt mich doch war da bin ich gut das nennt man schon fast der wo ist alles im nebel leider richtig behindert es einfach ist also in den schlamm darf ich nicht rein springen das ist ein assi ja das ist halt ein bisschen oder wie du lebt hammer ist da und wir gewinnen ist ein einziger die sogar haben ich habe 05 so wo wir jetzt sind verlegen oder huracan wie hat zwei winters hier ob switches wurden normal auch können was huracan steckers technischen müssen wir nicht dann gehen wir nach nas roff noch so ist jetzt dänz danke bitteschön das kommt boah wie geht es zur base wo was ja treffe ist kacke naja gut ist fett genug kannst du kaufen also bin ich schnell wie du aber egal siehst du siehst du sie kommen noch jetzt kommen sie langsam deswegen zu zweit eine dreipunktstation verteidigen am arsch das sind noch zwei andere da drei andere super eine dreipunkt schützen zu fünf zwei wesen sechs jetzt sechs mann weg brauchst nicht mal ein halbes plateau nun und 60 jahre alter hast du jetzt dein video fertig gemacht welches machen wollte ist und wollte zwei video schon einmal gamescom bilder videos da und die ganze zeit alter sagen und ja ja ich mache das ja versprochen alter nein das hat noch nicht gemacht stimmt also kannst du hast wie viele das ist vor der community gesagt jetzt muss das machen naja mache ich es ja noch das ist kein ding aber weiß wie viel dann muss sie mehrere videos da kannst mehr teiler machen ja kannst ja machen muss ja nicht muss ja nicht muss ja nicht allerdings ich guck jetzt 1100 videos an um alle alle videos alter nur die feststellen ja genau da wo sie trotzdem tausend videos angucken aber das musst du halt machen du hast gesagt gemacht so was ja mache ich versprochen eins kommt auf jeden fall raus best of best of all da kannst ja best auf im jahr machen kannst du musst ja nicht jetzt rückzug machen du kannst ja am ende des jahres best of machen was ja mache ich ja ich ziehe da noch was ich lege da noch was nicht muss ja nicht auf jetzt auf heute auf morgen machen aber es sollte schon kommen ja es kommt danke dass wir nochmal erinnern ich hab was gerade aufgeschrieben gut hab mir eine notiz gemacht sonst vergisst das wieder und den genau das den video muss ich auch machen ah ja das wieder und das wieder und das wieder ja ich möchte so viele speziell ich höre ausschüsse ne das ist ein soundbuck oder klar wenn irgendwas explodiert gerade eben ja aber es sind keine gegner hier der ding zerstört das fahrzeug terminal stimmt echt keine gegner hier der lässt das einfach unverteidigt alter können sie überhaupt hier spawnen wenn es abgeschnitten ist also manchmal ja okay aber ich glaube sowieso sieht nicht sehr tot also ja gut jetzt gucken uns jetzt der galaxy da fünf minuten lang an wie man hier an der basis einfach nichts zu tun haben wir wollen kein negativ bekommen bist du doch hast du doch schon neulich wie bitte hast du doch schon ne negativ verdient ja natürlich ich kann mich noch weiter sinken ja